Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3156 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist genau wie damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist genau wie damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Warum hat meine Schwester mehr Geld für ihren Führerschein bekommen als ich? Die Ergebnisse unserer Tests sind sehr aussagekräftig. Gemeinsam haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Die Ergebnisse unserer Tests sind sehr aussagekräftig. Gemeinsam haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Die Ergebnisse unserer Tests sind sehr aussagekräftig. Gemeinsam haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. In wenigen Minuten werde ich den Teilnehmern meine Sicht der Dinge darlegen. Der Vorrat an diesem Nahrungsergänzungsmittel geht zur Neige. Die Empfängerin freut sich, dass das Paket so schnell geliefert wurde. Die Empfängerin freut sich, dass das Paket so schnell geliefert wurde. Das Internet hilft mir in der Küche, immer neue Rezepte zu finden und diese auszuprobieren. Wir haben unsere Sponsoren überzeugt und erhalten weiterhin finanzielle Unterstützung für unsere Forschung. Manchmal macht der Stress mich wirklich fertig. Heute besuchen wir meine Oma. Sie hat einen schönen großen Garten. Da habe ich schon als Kind gespielt. Wir müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren, sonst werden wir heute nicht fertig. Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Die Küche ist aufgeräumt und geputzt. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Das Fenster in der Küche ist rund und sieht aus wie das Bullauge auf einem Schiff. Das Fenster in der Küche ist rund und sieht aus wie das Bullauge auf einem Schiff. Als Reporterin bin ich jeden Tag woanders und kann meine Arbeit auch im Hotel oder im Café machen. Als Reporterin bin ich jeden Tag woanders und kann meine Arbeit auch im Hotel oder im Café machen. Als Reporterin bin ich jeden Tag woanders und kann meine Arbeit auch im Hotel oder im Café machen. Ich interessiere mich besonders für die Romane dieses Autors. Ich kaufe jedes seiner neuen Bücher. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Manuela kommt in Jeans und weißem T-Shirt zu Elenas Geburtstag. Sie bringt drei rosa herzförmige Luftballons mit. Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Lies, was er geschrieben hat. Was soll ich darauf antworten? Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Der Autoreifen ist platt. Ich muss den Service anrufen. Der Autoreifen ist platt. Ich muss den Service anrufen. Der Autoreifen ist platt. Ich muss den Service anrufen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich will euch auf die Musik. Vielen Dank.